Äh, Max, was geht? Hä, wie siehst du aus, Max? Hä, wie siehst du denn aus? Äh, wieso hast du lile Haare und warum hast du Nasenpiercing, Junge? Ja, also seh ich doch aus wie immer. Ja, stimmt eigentlich. Freunde, wir müssen heute die SCB-Bank überfallen und wir dürfen dabei nicht erwischt werden. Nämlich die Einbruchbrüder sind zurück! Und ich sag dir, das ist eine Riesenbank, das ist eine Privatbank, Max. Der aktuelle Tresorwert in dieser Bank beläuft sich auch mehrere Millionen Euro. Nicht so! Max, du bist auffällig. Max, du bist auffällig. Bro, du bist gerade geduckt gelaufen. Ja und? Ich lauf immer so in die Bank. Äh, du kannst doch nicht so in die Bank laufen. Okay, ich sag dir ehrlich, wir müssen erstmal ein bisschen hier umgucken uns. Was hier bei der Bank abgeht und müssen natürlich alles ausspähen, um... Guck mal, hier ist zum Beispiel... Oh, Junge, Leute, das ist nämlich auch das Problem. Die Sicherheitsvorkehrungen dieser Bank wurden extrem erhöht. Ich geh jetzt erstmal in die Bank rein. Tu einfach so... Bro, sag einfach, du bist YouTuber. Das ist doch ein guter Plan. Ich bin YouTuber, ich möchte mein Geld abheben. Wir sind YouTuber und wir wollen die Bank nicht ausrauben. Wir sind nicht hier, um die Bank zu überfallen. Äh, guck mal, wir sollen die Sicherheitssysteme deaktivieren. Max, guck mal her, guck mal her, guck mal her. Da sind auch überall Kameras hier. Ja, überall Kameras. Aber guck mal, Max, was ist denn das hier? Bro, ist das vielleicht ein Sicherheitssystem? Ein Sicherungskasten, oder? Ein Sicherungskasten. Überleg mal, wir würden den deaktivieren, weil da steht auch, deaktiviere das Sicherheitssystem. Steine, der verdächtigt mich. Ich sehe es in seinen Augen. Äh, nein. Der weiß, der weiß, dass wir was planen. Hallo, 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 wir sind auch... Der guckt mich, der guckt mich ganz verdächtig an. Bro, wir haben Lamborghinis, alles. Lamborghinis, ja. Wir sind reich, wir müssen euch nicht überfallen. Wir müssen euch theoretisch gar nicht überfallen, aber wir wissen, dass ihr über 10 Millionen Dollar in der Bank habt, deswegen... Naja, gut, ey. Guck mal, das Ding ist, es gibt hier so eine Sicherheitstür. Ja, und hier kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht rein. Aber guck mal, hier ist so ein rotes Kabel, das ist bestimmt die Stromzufuhr. Bro, warte mal, guck mal, guck mal, siehst du das? Das ist bestimmt das hier dahinter. Ja, ja, hundertprozentig, das savent das dahinter. Okay, warte mal, ich knack das hier... Bro, ich knack das auf, ich knack das auf. Knack's auf, knack's auf, die Kamera, ja, die Kamera, guck grad weg. Die Kamera kommt, die Kamera kommt. Abbruch, Abbruch, Mission, Abbruch, Abbruch, Abbruch. Ja, Kamera, Bro, ich stelle uns hier einfach... Guck mal, hier, wie macht die Kniebeuge? Ganz normal vor der Kamera, Kniebeuge. Wir sind hier nur am Squats machen, Beintraining. Wir sind hier nur am Training. Wir haben nämlich... Jetzt, jetzt, Kamera, dreht's weg, los, 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 los. Okay, knack, knack. Knack, knack. Tür ist auf, Tür ist auf, Tür ist auf, Tür ist auf. Stark, 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 strong, strong, strong. Tür ist offen. Okay, Bro, ich geh jetzt schnell rein, ja? Geh rein, ich guck mal. Ich lenke die Frau hier am Schalter ab. Hallo, guten Tag. Bro, top, 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 top. Topsen, Max. Strong, 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 strong. Okay, okay, okay. Können wir jetzt hier durch, oder was? Wir haben jetzt, nee, nee, wir haben jetzt irgendwas. Wir haben jetzt das Sicherheitssystem quasi schon der ersten Teil deaktiviert. Aber Banken sind halt so krass gesichert, dass die das immer doppelt absichern. Weißt du, was ich meine? Macht den Schaltraum ausfindig. Wir müssen jetzt mal gucken. Warte mal, was steht denn da? Im Schaltraum oben sind Geräte. Okay, das heißt, es muss irgendwo im Obergeschoss sein. Bro, es gibt hier auf jeden Fall auch einen Mitarbeiterbereich. Ich sag aber, das wäre vielleicht zu gefährlich, da jetzt reinzugehen. Lass mal umgucken. Lass mal ausgucken, was hier noch so ist. Also wir haben... Die Bank umstellen. Weil, ich sag dir auch, clever wäre wahrscheinlich überdacht. Bro, Bro. Hier ist Security. Max, mach, 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 mach. Hier kann man eine Ablenkung deaktivieren. Guck mal her, guck mal her, guck mal her. Okay. Das wäre natürlich gut. Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich werde jetzt da hinten über den Hinterbereich reingehen und wenn ich dir sage, dass du die Ablenkung deaktivierst, deaktivierst du die Ablenkung, okay? Okay, ja. Okay, okay, warte, warte, warte. Ich knack hier erstmal die Tür hier hinten. Oh, weil hier ist... Pass auf, da ist auch manchmal Security. Ja, hier steht gerade Security davor. Der sichert gerade hier den hinten. Aber der geht jetzt nach vorne. Und wenn er vorne... Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ah, er steht hier noch, er steht hier noch. Oh, er raucht gerade eine. Ich glaube, das bringt gar nichts, diese Ablenkung hier. Natürlich, doch, doch, doch. Wenn da irgendwie Musik losgeht oder so, da werden doch safe Leute hinkommen. Weiß ich nicht. Oh, hundertprozentig. Wir warten, müssen erst mal abwarten, bis der Typ hier weggeht. Weil wenn der mich jetzt sieht, dass ich hier die Tür knacke... Hier, bei mir läuft einer weg jetzt. Robert, mir läuft auch einer weg. Okay, ich werde jetzt machen. Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Okay, okay, okay. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich sage dir wann. Okay, ich bin jetzt drin. Ich bin jetzt drin, weil ich brauche vielleicht gleich die Ablenkung. Bro, aber warum soll dir das was bringen drin, wo du bist, wenn ich hier außen in der Musikbox stehe? Weil die vielleicht rausrennen, weil die vielleicht rausrennen. Ich weiß es nicht. Als ob da zehn Leute zu so einer Bluetooth-Box kommen wollen. Junge, das ist... Überleg mal, das ist doch merkwürdig, wenn hier irgendwelche komische Sachen passieren. Okay, warte, ich sage dir wann Aktivierung. Ich sage dir... Ja, okay, okay, okay. Ich bin hier gerade... Junge, hier ist der Bankbesitzer. Oh, da ist ein Safe auch. Okay, ich bin hier gerade... Strong, ja. Okay, warte, warte, ich sage wann Aktivierung. Warte, warte, warte. Ich wette, es wird original nicht... Chill, 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 es wird was passieren, weil hier ist... Okay. Hier ist eine Kamera, Leute. Okay, Bro. Warte, warte, warte noch. Warte noch, ich muss warten, bis die Kamera weg ist. Aktivier mal jetzt, aktivier jetzt. Okay. Bro, das bringt original gar nichts, nur weil hier ein Radio draußen rauscht bei dir da drin. Ja, du hast recht. Nicht mal hier draußen juckt das die Leute. Bro, das Ding ist, hier ist halt ein Sicherheits... Doch, doch, doch. Oh, einer springt drauf an. Ja, siehst du, das ist gut, aber der Typ, der eigentlich drauf anspringen sollte, der steht hier noch. Das Ding ist, ich muss mich gerade ein bisschen zurückhalten. Ja, hier ist eine Wache in der Nähe, der hat die gerade markiert, sehr gut. Ich muss jetzt warten, bis die Wache weg ist und dann gehe ich übers Dach rein, würde ich sagen. Du kannst dich ja unten ein bisschen umgucken vielleicht. Ja. Okay, die Wache geht weg. Ja, auf jeden Fall. Bro, ich gehe übers Dach rein, Max. Stark, stark, stark. Strong. Ich habe hier einen abgelenkt und bin jetzt auch irgendwie hier hinten, im hinteren Bereich der Bank. Sehr gut, lass dich da bloß nicht erwischen, weil das Problem ist, wenn wir hier erwischt werden, dann ist over. Dann ist komplett over. Bro, ich habe hier irgendeinen Bereich gefunden gerade. Okay. Das Problem ist, die Ablenkung ist schon wieder vorbei. Ja, alles gut. Ich gehe wieder nach vorne bei mir, das bringt dir gerade nichts. Guck mal, da war noch so ein Mitarbeiterbereich gewesen, vielleicht kannst du da irgendwas finden. Also ich bin gerade mitten auf dem Dach, ich muss gerade hier noch so eine Kamera ausweichen und dann kann ich, glaube ich, in die Bank von oben reingehen. Junge. Aber hast du irgendwie so eine Security-Karte oder sowas? Nee, ich probiere gerade, weil wir müssen, guck mal, wir müssen in den Schaltraum gehen und der Schaltraum wird hundertprozentig irgendwie abgesichert sein. Okay, also ich warte jetzt gerade mal ab, bevor ich hier irgendwas riskiere. Ja, ich bin gerade... Easy, easy, easy. Ich sehe gerade... Oh. Ich sehe gerade einen Wachmann. Ja. Das Ding ist, dieser Wachmann hat eine Karte, glaube ich, dabei. Oh, stark, stark, stark. Aber der ist gerade... Bro, er steht gerade richtig doof. Ich kann da... Er läuft hier lang. Er läuft hier lang. Okay, warte, warte, warte. Oh mein Gott. Bro, 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 bro. Oh. Ich habe gerade irgendeine Karte geklaut. Blaue Karte. Sehr, sehr stark. Aber nutzt... Aber wohl, warte. Oh. Du musst jetzt irgendwie in Sicherheit zu werden. Ja, ja, ich muss kurz warten. Der eine Security-Typ, der steht da immer noch. Der läuft wahrscheinlich seine Runden rum. Und ich habe jetzt einfach seine Karte abgeluchst. Sehr strong. Okay, okay, okay. Okay, er haut ab, er haut ab, er haut ab. Die Kamera. Ausweichen, Leute. Oh Gott, Kamera, Kamera, Kamera. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Bro. Hast du schon eine Ahnung, wo dieser Sicherheitsraum ist, oder was? Oh mein Gott. Oder das Schaltraum. Hier ist jemand. Ich muss Maske aufsetzen. Nein. Hier ist jemand. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich schalte ihn aus, ich schalte ihn aus. Ich bin hier gerade in irgendeinem Security-Raum. Sag, wenn du Hilfe oben brauchst. Okay, ich habe ihn gerade ausgeschaltet. Funkspruch. Funkspruch, Funkspruch. Ich fake den Funkspruch. Sehr gut. Okay, alles gut. Es läuft. Top, 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 top. Okay, warte mal. Ich bin hier gerade in den Kameras drin. Ich bin im Private Area. Okay, warte, warte, warte. Okay, ich vorne die Kameras. Okay, ich sehe dich. Wo ist Max, Leute? Da ist Max, da ist Max. Ich bin im Privatbereich. Ja, ich gucke hier gerade mich um, aber... Warte mal. Ich glaube, sind das... Ja. Oh Gott, ich sehe die Tresortür, Max. Oh, stark. Sehr, sehr stark. Der Tresor ist so krank abgesichert. Ich sage dir. Ja. Okay, das wird sehr, sehr heftig werden. Okay, ich muss mal kurz gucken. Warte mal, ich kann hier so einen Schrank knacken. Da ist irgendeine Box drin. Was ist das denn hier? Irgendwelches Ding annehme ich hier. Also bei mir hier gerade kann ich nichts machen. Ja, warte mal. Ich gucke gerade hier. Ich bin jetzt in diesem Privatbereich hinten, aber... Ich knack gerade hier in diesen Sicherheitsraum die Schränke. Also ich sehe hier vor mir einen Security, der hat auch noch eine Sicherheitskarte an seinem... Pass auf, pass auf, da ist irgendjemand unten. Ja, ja. Alles gut, alles gut. Der hat noch eine Sicherheitskarte an seinem... Was für eine Sicherheitskarte? Welche Farbe? Rot. Brauchen wir, brauchen wir. Du musst dich schnell... Brauchen wir, ja. Bro, die Frage ist, wie komme ich an den ran? Bro, wenn er irgendwo steht... Von hinten dann so, äh, äh, Dingsen, ne? So, äh... Ja, 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 ja. Von hinten irgendwie... Das Ding ist, Leute, wie können wir... Ah, und ich weiß, ich weiß glaube ich, wie wir... Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich frage mich, aber wir können hier in diesen Schaltraum... Ich bin jetzt hier in diesen Raum, Bro, aber ich kann hier nichts machen. Es muss auch einen anderen Raum geben, weil hier kann ich nichts deaktivieren, Freunde. Wir müssen die Sicherheitssysteme nämlich komplett deaktivieren. Ich hab eine Idee, ich hab eine Idee, wie ich die... Und zwar kann ich da auch so ein Radio wieder machen, den anlocken, und dann kann ich den... Ja, 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 und dann nimmt vielleicht seine Karte weg. Und dann hole ich mir die Karte. Ja, und dann müssen wir doch einen Raum finden, wo wir alles komplett deaktivieren können. Aber kommst du jetzt gerade in diesen Schaltraum nicht rein, oder woran hängst du? Achso, ich bin drinnen, ich bin drinnen, aber ich konnte jetzt... Achso, ja, dann kannst du das Sicherheitssystem deaktivieren? Nee, nee, ich konnte da nichts machen. Ich konnte gerade nichts machen. Das war ein Schaltraum, blau. Ja, ich komm mal runter, ich komm mal runter zu dir, ich komm mal runter zu dir. Ja. Vielleicht... Das Problem ist, da ist so ein Zivilist drin, und wenn ich die Ablenkung jetzt aktiv... Ich kann ja die Ablenkung nicht aktivieren, dann wäre da der Zivilist drin. Warte, hier rennen Bankmitarbeiter lang bei mir? Ja, 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 ich seh, ich seh. Ah, du bist jetzt gerade da im Treppenhaus, glaube ich, ne? Ja, ja, ich probier dir mal zu helfen, ich probier dir mal zu helfen. Das Ding ist, ich hab jetzt schon eine Maske auf. Ja. Okay, ich bin hier bei dir, Bro. Okay. Okay, wo ist jetzt gerade das Problem? Das Ding ist, hier läuft immer so ein Security mit dieser Schlüsselkarte rum. Hier drin in dem Raum... Warte mal, jetzt ist er gerade weg. Jetzt, 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 jetzt kann ich die Ablenkung. Die kommen, den wir dann ausknocken können. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil der hat die Schlüsselkarte. Ja, ja, da geht der jetzt ran, der geht der jetzt ran. Sehr gut. Aber wir müssen dann halt... Knockt du ihn aus, weil du hast schon Maske auf. Weg, weg, weg. Knockt du ihn aus, du hast schon Maske auf. Stark. Hä? Nein, nein, nein. Warum hast du die nicht ausgenommen? Nicht ausgenommen, Bro. Umso mehr Leute... Weg, 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 weg. Umso mehr Leute wie ausknocken. Aber hast du seine Schlüsselkarte? Ich hab seine Schlüsselkarte. Ah ja, okay, dann ist das auch okay. Bro, jetzt müssen wir halt den Raum finden. Oh Gott, hier ist das... Bro, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Okay, wurde markiert. Komm er zu uns? Das Ding ist, wir müssen jetzt den Raum finden, wo wir da mit rein können. Ja, dann wieder nach oben jetzt. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Stimmt, der ist da oben. Warte mal. Bro, ich hab doch hier aufgemacht. Wir können auch wieder von außen. Du bist ja von außen nach oben, oder? Bro, pass auf, links könnte auch sein. Okay, komm, 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 komm. Security kommt hier auch. Security kommt hier auch. Oh ja, ja. Und da, komm zu mir. Komm zu mir. Er kommt jetzt bei dir lang, Bro. Du musst zu mir kommen. Alles gut, alles gut. Rein hier, rein hier, rein hier, rein hier. Alles gut, ja. Security da, komm hier rein. Komm hier rein, komm hier rein. Warte, Bro, hier ist noch was, ist noch was. Nee, kann ich nicht die aktivieren? Okay, easy, easy, easy. Bro, ey. Ja, wir gehen hier durchs Treppenhaus. Dann lass doch hier durchs Treppenhaus einfach. Wenn er grad abgelenkt ist. Ah ne, warte. Er dreht's wieder in uns Richtung. Läuft er hier zu dir? Läuft er zu dir? Er steht da, ja, er kommt wieder, er kommt wieder, er kommt wieder. Bro, ich aktiviere hier die Ablenkung und dann gehen wir ins Treppenhaus. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm mit. Ja, äh, ja. Er geht hin, er ist abgelenkt. Okay, mit, komm mit, komm mit, komm mit. Das ist unsere Chance, das ist unsere Chance. Ins Treppenhaus rein. Nice, sehr gut, sehr gut. Ich mach dir Tür zu. Okay, oben war nämlich das Ding gewesen. Jetzt müssen wir hier irgendeinen Raum finden. Also wir haben jetzt zwei Schlüsselkarten. Bro, runter hier. Komm her, komm her, komm her. Pass auf, hier ist die Kamera. Ja, wir müssen... Bro, hier ist der Raum, hier ist der Raum, Max. Ja, ja, ja. Komm rein, komm rein, komm rein. Komm rein, Max, komm rein. Komm rein. Komm rein. Oh mein Gott, strong, 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 strong. Strong, 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 strong. Warte mal, ich check jetzt den Computer. Ja, deaktiviert Sicherheitssystem. Oh Gott, das ist heftig, Bro. Das ist gerade wirklich heftig. Ich glaube, jetzt haben wir die kompletten Kameras deaktiviert in diesem Gebäude. Ja. Und jetzt können wir, glaube ich, durch diese Sicherheitsschleuse unten. Okay, warte mal, hier können... Öffnet die Sicherheitsschleuse. Hier können wir auch noch was. Anzahl der Verbindungen. Bro, jetzt müssen wir durch die Sicherheitsschleuse. Das ist der Schalter. Stromverfolge... Oh, unten war doch gerade noch so ein Schalter gewesen. Komm mal mit, komm mal mit rein. Und unten war doch dieser eine Schalter gerade gewesen, den ich probiert habe zu drücken. Ja. Komm, schi, 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 schi. Ich weiß, wir müssen jetzt wieder ganz raus In den normalen Bereich von der Bank Bro, ich kann da nicht rein Ich kann da nicht rein Bleib du da, ich hab ja keine Maske auf Weil jetzt glaube ich Nämlich, dass wir da diese, warte, diese Tür Ja, ja, guck mal, hier wird was angezeigt Ich kann jetzt hier was machen Okay, mach da irgendwas, mach da irgendwas Ich lege die richtigen Schalter um Du musst jetzt die Sicherheitsschleuse öffnen, Bro Du musst jetzt, ich kann nicht Ich kann da nicht mehr hin, weil ich hab Maske auf Warte ganz kurz, ich muss den Typen hier irgendwie ablenken Ja, ja, warte, warte, mach ganz so ruhig Mach ganz so ruhig, Leute, das ist Teamwork, Bro Das ist Einbruch, Brüder, das ist Hi-IQ-Gameplay Okay, grünen Schalter umlegen Okay, hab was umgelegt Nein, Bro, du hast den falschen Schalter umgelegt Alter Bro, was, hä, warum Leg den richtigen Schalter, Bro, es gibt hier drei Schalter Das kann doch alles sein, keine Ahnung Es gibt vier verschiedene Schalter, woher soll ich die Farbe wissen Äh, aber woher wissen wir die Farbe, Leute Durchsuchung, öffentlicher Bereich, Durchsuchung Wir haben jetzt da eine Durchsuchung Der private Bereich wird grad durchsucht, hier wo ich bin halt, ne Bei mir der öffentliche Äh, aber, äh Ja, Bro, welcher Schalter könnte das denn sein? Ich glaube, wir müssen kurz die Durchsuchung abwarten Und dann kann ich hier bestimmt nochmal einen anderen Bro, es gibt hier halt grün, blau, weiß, rot Also, keine Ahnung, ich hab einfach irgendeinen gedrückt jetzt Bro, das ist jetzt grad die Frage So, Leute, ich geh jetzt nochmal in den Schaltraum rein Ah, Bro, irgendjemand hat mich gesehen, irgendjemand hat mich gesehen Ja, aber alles, alles gut, alles gut, alles gut Nein, die durchsuchen ja alles jetzt, die durchsuchen ja alles Ja, das ist das Problem Okay, okay, alles gut, Leute Ich weiß halt auch nicht, ob ich jetzt hier nochmal was anderes machen kann Vielleicht kannst du das irgendwie resetten bei dir im Schaltraum oben Bro, da ist Äh, ja hier, Bro, ich bin jetzt hier im Dings grad drin, ne Im Schaltraum wieder? Ja, aber wo soll ich hier eine Farbe sehen? Ja, geh nochmal da an den PC, wo wir das irgendwie gehackt haben oder so Kannst du ja irgendwas machen? Stromverwaltung ausschalten Wartungsmodus aktiviert Ja Anzahl der angeschlossenes Kabel 0 von 1 Also hier ist keine Farbe oder so Weil ich kann hier auch keinen anderen Schalter mehr umnehmen Bro, das Ding ist, vielleicht ist das in diesem Security-Raum, weißt du, was ich meine? Warte mal, ich geh mal in den Security-Raum, wo ich grad war Vielleicht da irgendeine Farbe Ja Das Ding ist, die Kameras sind eh schon alle deaktiviert, das ist halt sehr gut Das ist gut, ja, also wir müssen irgendwas, müssen wir auf jeden Fall resetten können Weil sonst kann ich hier nämlich grad nix mehr machen Irgendjemand hat mich erwischt, halb, halb, halb Alles gut, alles gut Ja Alles gut, die durchsuchen halt Die sind hier komplett in der Durchsuchung gerade Ich muss irgendwie da rein, Leute Ich muss irgendwie da rein Also wir brauchen Warte, hier kommt noch einer hoch Hier kommt einer hoch Easy, easy, easy Aber ich kann hier ausschalten Ey, verdammt Ich glaube, ich werde hier ausschalten So, alles gut Okay, warte, ich muss warten, bis Funkspruch kommt Ja Okay, warte, ich beantworte den Funkspruch Ja Okay, easy, easy Okay, warte, ich probiere da jetzt nochmal reinzukommen Weil ich ist halt echt viel los, ne Ich probiere nochmal reinzukommen Probier mal Wie können wir die Also irgendwie müssen wir diese Durchsuchung da beenden Ja, ich glaube, die können wir nicht mehr beenden Das Ding ist, ich bin hier halt gerade Aber ich weiß nicht Warte mal, vielleicht ist hier oben auch noch ein Schalter Warte mal, zwei Sekunden Okay, warte mal Ich gehe jetzt auch mal in den ersten Floor, Max Ja, mach mal Also wir haben ja hier zum Glück schon ein Bro, ich muss hier noch einen Guard ausschalten gerade Ich muss warten Okay, wir haben nicht mehr Wir können nur noch ein Guard ausschalten, Bro Okay Weil da haben wir keine Äh, Dings Ich muss hier jetzt auch Ich nehme jetzt hier auch die ganzen Ja, das ist Die sind jetzt hier schon auf Alarmbereitschaft, Bro Komplett Ja, ist sehr, sehr schwer gerade Es ist sehr schwer gerade, Freunde Wenn nicht müssen wir Wenn nicht müssen wir Action hier machen Dann haben wir es auf die leise Art und Weise Bro, 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 ich bin hier Warte Oh, wo bist du denn jetzt? Nein Nein Was hast du? Bro Bro Bereit das Famвод von Max von наверное Max von Okay, okay Okay, dann machen wir jetzt Action Wir waren hier alles geile nehmen schön stark 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 warte auf ausrüstung wie kriegen wir die ausrüstung der miet vor noch im boden wartet bringt auch auf dem dach um auf dem dach oben auf dem dach oh mein gott wurde erwischt aber ist egal wie man das machen das okay okay wir können noch mal noch mit denen noch keine geile austauschen so bleibt schön die geile jetzt hier runter habe ich gesagt wir müssen jetzt nur die bank halten ganz wichtig ja ich gehe mal aufs dach hoch die ausrüstung ist da die ausrüstung ist da und jetzt müssen wir das vermiet einsammeln und dann jetzt direkt in die krisorte leute so weil ich komme ich komme ich komme okay ich habe auch ausrüstung sagt sehr gut sehr gut sehr gut ich gebe jetzt die geisel ab weil sonst stürmen die gleiche die bude ja er verhandlungen okay warte 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 wir müssen zeit zum verhandeln ja ja ich gebe ich gebe noch hier im keller oder was ja ja warte hände fesseln ich verlängere die zeit stark so zeit verlängert wo es hätte das so ich vielleicht suchte ich werde hier noch ein paar geisel gegen zeit austauschen hast du nicht irgendwo vorhin gesagt dass du einen fetten tresor gefunden oder so zu wenig geisel zu wenig geisel muss geisel abgeben geisel abgeben ich kann ich kann mich gerade um keine geisel kümmern weil ich habe diese tasche bei mir angriff steht bevor alles gut alles gut alles gut wir müssen den tresor raum finden wir müssen den tresor raum finden ich habe hier erstmal ich habe hier erst mal noch irgendwelche sachen hier ich habe was ich habe ich habe hier ein safe max ich muss den safe knacken einmal oh mein gott ich habe was findet das polizeiangriff die werden jetzt angreifen die werden die ganze zeit angreifen entzünden ich mag er bro platziert damit platziert ja habe ich ich habe damit wir durch die decke wir gehen durch die decke sonst okay deckung 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 wir müssen jetzt eigentlich nur hier ist kannst du immer zu mir kommen jetzt ich muss wir müssen das termin halten hier sind polizisten okay ja alles gut alles gut ich kann hier hat trisor halt das termin ja ja okay freunde wir schauen dass wir schauen dass wir schauen dass okay ich dachte gerade die trisor strong 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 okay ich habe noch mal dick geld wo ich habe noch mal dick geld schon aus trisor hä bei was für einem trisor bist du ich bin hier gerade im bankchef beim bankchef okay okay ich habe jetzt die richtigen nummern für die schließfächer ich komme ich komme ist da der trisor da was ja jetzt ist hermit wir schmelzen uns gerade durch die decke durch oh mein gott okay perfekt perfekt gut wir müssen das jetzt die die kommen hier andauern sie müssen verhindern dass den feuer alarm auslösen weil wenn ihr den feuer alarm auslösen dann wird das vermied gelöscht okay okay zack 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 weg mit euch sie müssen hier auf jeden fall den trab halten und er sieht gut aus die gut aus alles gut alles gut alles gut alles gut acht auf achtung dem schutzschilder ja 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 das geht kannst mit g so eine granaten werfen ach so heilige ich weiß auch nicht junge dass das gott das so hin und machen junge das termit muss ich hier komplett in den trisor ein buddeln schön reinbrennt schön reinbrennt es sieht gut aus wie gut aus wie gut aus wie gut aus zwei leute um und hier treppe treppen haus treppen haus max ok alles gut alles gut ok sieht gut aus wo wir müssen mehr termit ins feuer geben hast du noch termit oder war so ich habe ich habe nicht mehr kann ich mehr machen optional gibt mehr termit ins 33 sekunden hat er gesagt ich komme von der seite sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut die polizei sammelt sich gerade für neun dings ich glaube auch 30 sekunden für die dings ja warum eine munition ist ja ja du musst auch sagen die die sachen die rumliegen oder musik einfach auffüllen die anderen waffen du musst einfach zu munitions gestehen gehen zu grünen ok warte mal warte mal da unten ist doch irgendwas markiert hier bro ach so das bestimmt ja die kopf war das andere termit glaube ich ja wir müssen das termit holen wir müssen da rein wir müssen das termit holen das weil das ist zu wenig wahrscheinlich zu wenig termit verschlafen ist kein problem kein problem wir holen das einfach das haben die wahrscheinlich jetzt gerade erst gelobt und raus 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 ja das ist neues termit pro stark 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 ich habe damit dabei einmal ich habe auch okay und hoch wieder hoch 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 die greifen grad nicht an weil wir haben die gut zurückgefetzt oh gott ich will an den tresor reinkommen und rein da rein da ob ein gott bro feuer ist rein brauchen wir noch mehr noch mehr noch mehr da mehr alles was unten ist du musst alles rein feuern die brauchen alles ja 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 rein 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 ich durch das richtig ok leute pakete noch ja ich geh auch polizei mit tater passen beziehung die haben jetzt auch das kommando kommt die reine bis jetzt du musst du machen mit dem termin nun stellt sein muss schnell sein das letzte termit max nein die haben die feuerlamm gemacht direkt wie die springer war das gar nicht gut und kann ich direkt deaktivieren nein ich sehe sie sich ich deaktiviere ich hab's ich deaktiviere ist deaktiviert und jetzt rein 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 ok da wollte noch mal jetzt ok alles drin über fahrstück kommen welche feuerlarm feuerlarm schon wieder die kommen durch die fenster ja ja okay sonder einsatzkommando hier glaube ich weg gefällst so was wollte hier junge lang muss das hier noch brennen alles gut das brennt leicht also müssen wir das ist weißt du wie dick zum tresor ist das ist übelst abgesichert das stahlbeton ja leute da ist brennt den buch durch den boden wir machen das wir brennen durch den boden durch es gibt also wir haben auch kein weiteres termin achtung fahrstuhl fahrstuhl ich komme angreifer sehr gut gute granate fahrstuhl wurde anscheinend deaktiviert hier noch mal die welle abwehren passt immer auf die dinge auf dass sie nicht an die feuerlarm gehen ja junge wie dann braucht das ist durch das durch leute in die treuern wir sind drin wir sind drin perfekt okay ich knack hier die schließfächer ich knack hier die tür sehr gut schön die schließfächer knacken umso mehr schließfächer wir haben oh mein gott wie viel geld geld nehmen alles geld nehmen alles geld nehmen wo ich habe zwei sehr wertvolle das sind farb hat das auch patronin muss ja du musst du entschärfen oh mein gott wie viel kohle ist hier bitte mein gott jetzt 2 sie kaputt gegangen nein egal also mein menschen ich kann ja bis egal wir auch erreichen erreiche den kräftung treffpunkt ja weg hier weg hier weg hier weg hier wird schon gar nicht mehr sagt für munition du musst weil du musst weil das jetzt unsere zeit dass unser unser moment jetzt hier um abzuhauen senkt die pola ab und hier müssen komplett bereich räumen ich hätte die stromkasten ja die haben ja alles abgesichert ja mir alles abgesichert oh mein gott nächsten stromkasten hacken warte mal ich muss noch einer sein senkt die pola sind und er ist da vorne glaube ich ja der ist da vorne der stromkasten du musst mit komax ja ich gebe dir achte die kommt ja du musst abwählen muss abwehren okay ich gehe rein nein warte ich schalte schon aus denn max wurde überwältigt ich von ihnen ja das ist ja ja das ist ein runner die sind richtig stark okay die polizei kommt die mit verstärkung ich habe gar keine munition mehr schießt mit pistole gottes willen oh mein gott oh mein gott das ist gar nicht gut halte durch bis das flug zum fluchtfahrzeug da ist du musst durchhalten wir müssen durchhalten das ist sehr leicht gesagt hier sind sehr viele polizisten abdeckung abdeckung einbruch brüder einbruch brüder okay wir sichern hier einfach ab die sichern hier einfach ab wir sind die zu viel und so hinter uns aufpassen was ist das hier wie gut dass sie gut ist irgendwas genommen gerade oh mein gott oh mein gott oh mein gott die kommen mit schild die kommen mit schild die und diese seite auch die komisch von überall gerade genau davon oh mein gott gottes nein nein alles gut ich habe das ich habe das gegen diese ninja da noch mal das war's ich habe kaum noch moni ich kann nichts machen wir sind um 10 ich habe auch kommen ich muss hier wirklich ein bisschen zurück wir müssen die das geld abliefern das geld abliefern oh gott oh gott das fluchtfahrzeug ist da kommt bitte max kommt bitte okay okay wo ist es wo ist es ich komme ich komme ich komme oh mein gott das war's das war's für mich das war's für mich drinnen ist drinnen gib mir deckung gib mir deckung ich stehe die ganze schüsse im rücken ich gebe dir deckung ich renne ich habe keine munition mehr was muss ich hier machen geld kuckuck werfen kuckuck reingeworfen reingeworfen okay uns fehlt noch was bro ist drin ist drin ist drin uns fehlt noch was ja okay wir müssen wieder rein bro ich geh doch gar nicht mehr rein jetzt wir müssen da rein bro das ist doch lebensmüde oh gott ja ja bro oh mein gott oh mein gott wir müssen abhauen wie bro wie es geht nicht wir müssen doch rein das sind zu viele das problem ist es kommen immer mehr und wir haben keine munition mehr ja ich bin auch gleich down ich habe fünf schuss was ich machen ich habe auch keine munition mehr das war's gar nichts mehr keine einen schuss mehr warte mal keine einen schuss mehr ja okay wir haben die voller wieder aufgefahren ey das gibt es doch nicht leute das gibt es nicht okay die ziehen sich gerade zurück die polizei zieht sich zurück bro wo 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 So, wir müssen jetzt noch mal rein und die letzte Beute holen. Rein, 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 rein. Rein, rein, rein. Rein, 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 rein. Rein, 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 rein. Rein, 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 rein. Rein, 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 rein. Rein, 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 rein. Ich habe jetzt hier eine Riesenwaffe, also damit würde es richtig knallen. Senkt die Poller. Aber sollen wir jetzt Poller oder noch mal Ware holen? Okay, wir müssen jetzt noch mal in den Tresor rein. Ja, wir müssen das Ganze, ja, wir haben jetzt 67%. Das ist das Problem. Okay, das Ding ist, jetzt kommt die Final Attack Wave gleich von den Polizisten. Die wollen es jetzt komplett platt machen. Das Problem ist, das andere Geld ist ja, keine Ahnung. Ich habe noch auch noch einmal Geld. Okay, es müsste rein, jetzt müsste rein, jetzt ausgelöst. Okay. Ich weiß auch nicht, wir waren es wahrscheinlich zu langsam mit dem. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo müssen wir das raus? Oh mein Gott. Danke, danke, danke. Raus, raus, raus. Oh Gott, das will. Wo war denn hier nochmal der Ausgang? Oh mein Gott. Ah, da, wo die herkommt, da müssen wir da raus. Ja, ja, ja. Okay, dadurch. Oh mein Gott, wie viele, oh mein Gott, wie viele, oh mein Gott. Raus, 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 ich habe die Overkill-Waffe. Ey, wir haben auch noch Granaten, auf G kannst du auch noch Granaten werfen. Ganz vergessen, wenn es fremzlich wird. Ja, alles gut, ich habe die Overkill-Waffe. Stark. Juggernaut, Juggernaut, Juggernaut. Bro, er dreht völlig durch, der Juggernaut. Juggernaut. Bam. Okay, ich schieße nochmal rauf. Juggernaut, ich bin da. Ah. Oh mein Gott. Oh, ich schieße. Jumbo, wie fehlt der aus? Das ist echt nicht normal, Bro, Ed. Okay, ich bin down, ich bin down. Alles gut, alles gut. Bro, das ist einfach zurück. Das ist einfach zurück. Weiter, weiter, weiter. Oh mein Gott, weiter hier! Linksrum, 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 linksrum. Linksrum. Andersrum, andersrum, andersrum. Windschulen, renn, 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 renn. Weckensch Rentner, renn, 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 renn. Komm, einfach die Poller sind auch unten. Jetzt einfach noch Geld reinwerfen, weg da. Geld reinwerfen und weg, Leute. Schöö, schöchö, schöö, schööchö, schöchöchö. Oh mein Gott, was geht hier ab? Geld rein. Okay, es ist drin, ist drin, ist drin. Und rein. Und rein, 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 rein. Absichern. Max, du musst rein, Max, rein. Wo rein, 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 wo rein? Der Ding ist hier stehenbleiben, 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 stehenbleiben. Bin ich doch, bin ich doch. Der Hoxen, der Bummi fehlt noch. Nee, nee, du bist rausgelaufen. Bro, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, Leute. Das war hart. Lasst Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt, das war es gewesen. Tschö, bitte. Tschö.